Die haben mich zerrückt. Komm unten. Zwei Leute rein. Komm die Treppe hoch Mensch. Komm hinter. Ich bin auf der Treppe. Achtung. Ok. Ich muss mich flicken. Die haben mich ordentlich in Scheiben geschossen. Bist im Gang, ne? Ja, hier auf der Treppe. In deinem Gang? Ja, ich meine auf der Sky Bridge da. Ja. Irgendwas rennt weg. Ne, das war ein Spieler, glaube ich. Ja, auf der Treppe. 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 Ich habe einen Spieler gegenüber. Den habe ich ehrlich gepresst. Auch nicht getötet. Ok. Nein, ich habe mich daran gesehen. Ich bin ein Schöpfchen. Wo ist der Schöpfchen? Oh, der Schöpfchen! Der Schöpfchen! Das ist ein Schöpfchen! Der Schöpfchen! Langer Gang, Spieler. Ich glaube die umwandeln für uns. Wandieren wir. Einen hab ich. Zwei hab ich. Alter, du zieh'er. Kommt sie hinter? Kommt sie hinter? Ja. Geh runter, zum Büro. Ja und du kannst dich auch hier laden Benji an den Typen. Ich bin gestorben. Irgendwie bin ich jetzt gestorben. Ich hab dich abgenallt. Alter, ich dachte du bist am Büro. Nee, du hast ja gesagt, ich soll hier hochkommen, mich laden. Oh nein. Alter, lass den Senzel es nicht. Blut lecken, Junge, da legt alles um. Oh nein. Oh scheiße. Oh man, ich hab's kaputt gemacht. Ich hab unser Spiel kaputt gemacht Benji, Mann. Witzig. Scheiße. Komm hoch, kannst looten. Das war nur, weißt du, so Köder, weißt du, komm hoch. Ich will abknallen. Och Mann, ist das ein Mist. Dann geh' ich jetzt raus. Äh, Mann. Oh. Flachette ist ja beim Händler gar nicht zu teuer. Nee. Ähm. Gleichspender, letztens glaub ich auch. Kaiser. Das ist die Anmut selbst. Und ihr Charme ist von deiner Herzlichkeit. Ich hab' noch nie erlebt. Das ist die Anmut selbst. Und ihr Charme ist von deiner Herzlichkeit. Ich hab' noch nie erlebt. Ich hab' noch nie erlebt. Wie schön ich ihn noch auf der Treppe weggemeldet hab' und sie fl Flip. Alles aber nie nuit. ups napi clip. Das ist ein Wasser. Ich hab' noch niebelt. Mensch, ich bin raus. Noch nicht ganz, aber fast. Danke Leute für die Bits. Dafür Action-Single-Fire, ja, doch geht. Oh, da hinten ist einer. Alter, war das ein doofers Griff oder ein doofers Spieler? Ey, das war ein Spieler. Oder? Warum mache ich meine Paka nicht an? Wir haben hier um die Ecke gekommen. Eine Trainingshose. Nö, das war ein scheiß Skeff, Alter. Das war ein Skeff. Echt? Ja. Ich weiß nicht, wo er ist. Oh, hier springt was. Oh, wie lange darf er um das Loch zu löten? Oh, Granate. Wo kommt die denn her? Von der Tür, ja. Bis links, ne? Ja. Ja. Ich guck mal. Raus. Guck der noch. Jaaaa! Ich hab ihn gekillt! Jaaaa! 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 Warum auch immer? Ey, weil er einen Kratzer am Bauch hat, Alter! Aber... Ist er doof oder was? Auch geht gut so mit Double Action. Also da kannst du es ja wirklich spielen. Das geht. Das ist machbar, ja. Geht's mal hier an? Ich will mal meinen Opfer angucken eigentlich. Achso, sorry. Wie so eine Baumnatter schleiche ich mich hin. Jaaaa! Wie letztens auf Lighthouse. Jaaaa! Eieieie! Was braucht noch? Wo war der? Au! 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 Zwischen uns ist jemand mit einer Schnellfeuerwaffe. Das müsste rechts von dir sein. Was für ein Schwein! Den hast du auch noch gelegt! Ha! Weiter ohne Packer, Mann! Wo häng ich denn? Aaaa! Alter, ich mach hier klar Schiff! Geil! Geiles Ding! Nein, leer! Nein, leer! Schade! Er war gerade fertig mit Laden! Alter, das geht doch gar nicht! Aaaa! Alter! Aber das war... Ha! Eins kev, drei Spieler, zwei kevs, drei Spieler. Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht von anfangen! Uh! Falsche Richtung! Tuchenspicker in die falsche Richtung, Alter! Mach kein Mist! Ja, in die falsche Richtung. Schade! Ja, in die falsche Richtung! Ja, in die falsche Richtung. Ja, in die falsche Richtung. Ja, in die falsche Richtung. Oh, das ist schon jemand irgendwo irgendwo. Kann ich mir nicht vorstellen. Wird so... Na? Zwei Magi! Zwei Magi! Zwei Magi! Zwei Magi! Was hält er denn? Kommt er bei dir rum? Da! Da! Bei dir, Benji! Oder? Da! Da! Was hält er denn jetzt rum hier? Warte mal! Der Zorn! Ja! 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 Du gehst hier! Du Scheiße! Du Scheiße! Die Kumpels haben die Vodka-Bulle leergesoffen. Wieder vorne einer! Seh das noch viel? Achso, ne. Ich dachte du schießt. Ne, ne. Kann ich mal hoch gucken? Vor? Da kommt was hier ran. Die nehmen die zweite Etage. Würde ich sagen. Oder oben die dritte. Ach, Mann! Gut! Ich hab's gehört. Hätte ich genau in der Fresse geschossen, dachte ich. So, dem hab ich aber einen Schädel weggeschossen. Die 7mm Backshot, na klar. Nein, jetzt hast du. Jetzt kriegt der Kamaschen was? Zarte Schiss. Ja! Wo ist er? Wo ist er? B***h! Flaschett hat geregelt. Ich habe schon noch zwei umgelegt, Benji. Ich habe einen Falsch-Taktik schon. Ich bin dann hin und her, weißt du. Ich habe erstmal immer so ins Leere geschossen. Dann habe ich gesehen, wo er sitzt. Ich habe ihn dran, aber ich habe die Schlafzahn. Ich habe ihn zu Hause, auf dem Falsch-Taktik auf der�en wieder eingeschränkt. Ich habe ihn geöffnet. Ich habe ihn einfach durch, wenn ich den Falsch-Taktik möchte. Ich hab ihn verletz. Ich habe beim Falsch-Taktik schon zusammengeführt. Ich bin der Falsch-Taktik schon mit dem Falsch-Taktik schon. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.